Der DAX. Schaut ihn euch an, keiner hat ihn unter Beobachtung und er steigt und steigt und steigt. Was ihr seht, ist der Dow Jones. Das ist natürlich besonders praktisch. Dann switchen wir noch mal schnell auf den DAX. Also das ist jetzt der DAX und der steigt tatsächlich und der steigt und der steigt. Und damit scheint sich das Bild, was wir hier so halbwegs haben, ja zumindest einigermaßen jetzt ans Ziel gekommen zu sein. Ist es schon das Ziel? Ich nehme das mal weg. Hier die Aufwärtsseite, wackele ich runter nochmal die Fortsetzung. Und jetzt ist eigentlich so die Entscheidung, wird das wirklich ein richtig bullischer Markt, dann müsste der Markt jetzt eben überhaupt gar keine Anstalten machen zu drehen. Oder wenn er eben dreht, das eben wackelig hin und her, eben dreiwellig sowas in der Richtung eben vollführen, so A, B, C mäßig. Nehmen wir mal an, wir bekämen das jetzt hier. Ja, dann ist das doch ein wunderbares Zeichen, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Noch ist das hier auf dem Plan. Bis hierhin ist das noch völlig in Ordnung. Allerdings, wenn es jetzt noch weiter steigt, dann wird das deutlich, deutlich, deutlich weniger wahrscheinlich. Also diese Variante ist noch nicht zu diesem Moment vom Tisch. Noch ist das alles safe, aber wir sind hier noch in dem Bereich dieses Clusters. Und wenn jetzt die Marktteilnehmer Schwäche zeigen, wenn sie jetzt sagen, ach komm, lass stecken, also sprich mit einer scharfen Abwärtsbewegung, idealerweise noch hier so diese alten Hochs hier durchstoßen, das ist dann das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Naja, es klingt jetzt dramatisch, aber das würde diese Aufwärtsrichtung dann konterkarieren und damit dann diese Box, die wir hier ja immer noch drin haben als eine nicht zu vernachlässigende Chance, dass das passiert, die wäre dann ziemlich wahrscheinlich erreicht. Wie gesagt, wenn wir durch diese Zwischenhochs hier durchgehen, weil dann wäre die Aufwärtsbewegung mit Überlappung. Kriegen wir jetzt aber im Gegensatz dazu nur wackelige Abwärtsbewegung, irgendwie was dreiwellig, entweder so A, B, C oder irgendwie mehrfach wackelnd hier dahin und bleiben idealerweise oberhalb dieser Marke, dann wird es wenig wahrscheinlich, dass das ist. Gut, das ist immer einfach gesagt, wenn wir oberhalb dieser Marke bleiben, fällt das Fallen auf dieses Niveau natürlich extrem schwer. Worauf ich hinaus will, ist, dieser Bruch würde durchaus das Türchen bis da unten nochmal aufmachen. Klingt eigenartig so weit, nur weil er da durchgeht. Ja, zumindest wäre das bullische Bild dann erstmal fraglich, weil Marktteilnehmer, die wirklich kaufen wollen, die wirklich sagen, geiler Markt, die lassen sich das hier nicht mehr nehmen. Die sagen, ich gehe eben nicht mehr so weit runter und das ist der Grund, warum dann Charttechnik vielleicht eine gewisse Rolle spielt bei der eigenen Handelsentscheidung. Also sehr spannend, ob der Markt auf diese Art und Weise runterkommt, ob das hier passiert, ob er noch höher, je höher er natürlich steigt. Das heißt, er dieses Cluster, diese Zone jetzt hier verlässt, die ja auch ein bisschen aus diesen blauen Extension Marken, sicherlich auch nochmal ein bisschen aus der Projektion, die geht vielleicht noch ein bisschen weiter sogar. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie weit sie reicht. Ja, ein bisschen würde es noch gehen. Also ich sage mal, innerhalb dieser Box ist da noch alles in Ordnung. Falls es wackelt, ist alles super. Wenn es schnell geht und der Kurs dabei auch noch das durchstößt, dann, wie gesagt, das Türchen nochmal ganz weit nach unten offen. Ansonsten die weitere Aufwärtsbewegung, so wie wir sie ja hier als die Alternative eben angezeichnet haben. Noch kann man es nicht genau sagen, aber die Voraussetzungen sind ja nicht die schlechtesten und ich glaube, man kann das hier ein bisschen früher abschätzen. Rückenwind bekommt der Markt natürlich auch und das ist dankenswerterweise der Amerikaner. BlackRock hat gesagt, die europäischen Aktientitel sind viel spannender als die amerikanischen. Und das kann sein, dass das der eine oder andere gelesen hat und gesagt hat, auch wenn die da sagen, dann können wir doch mal davon ausgehen, dass das auch für uns eine Wirkung hat. Das heißt, wir orientieren uns eher auf den europäischen Markt und das ist der DAX ja nicht der kleinste Teilnehmer. Das scheinen die in Amerika gehört zu haben, zumindest mal ist beim Dow aktuell und da sieht man wieder, wie abgefahren gegenläufig die Bewegungen sind. Hier der Dow, das ist der Dow hier im 5-Minuten-Chart, Abwärtsbewegung. Jetzt hier auf dem tiefsten Stand seit dieser Bewegung. Vorsichtig, wir sind im kleinen Bild jetzt, wenn ich sage tiefster Stand. Ich mache das nur, um es zu vergleichen. Also das sind die Value-Titel, die langweiligen Blue Chips hier von der Wall Street, also Dow Jones. Und jetzt gucken wir uns mal im 5-Minuten-Chart ungefähr gleiche Einheit. Also das hier war so das Hoch in der Mittagszeit. Gucken wir uns mal den S&P an. Das Hoch in der Mittagszeit, runter ja, aber gleich wieder die Gegenbewegung. Und da sind wohl die Tech-Titel schuld. Denn die sind zwar auch runter, aber die haben das sogar überschossen und zeigen sich hier sogar relativ stark. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass die Abwärtsbewegung, die wir bisher hatten, klar korrektiv ist. Das heißt, wenn das wirklich vorbei ist, haben wir eine ganz gute Chance, nach oben zu gehen. Allerdings muss ich dazu sagen, die Aufwärtsrichtung finde ich nach wie vor suboptimal. Denn auch hier zeigt sich eigentlich mit den vielen Gegenbewegungen, die dann doch wieder überschneidend sind, dass man dem Braten noch nicht so richtig traut. Für uns allerdings heute Nachmittag soll durchaus gelten, das hier ist die letzte dynamische Aufwärtsbewegung. Wenn er jetzt hier wackelig runterkommt oder ABC-mäßig, das ist beides in Ordnung. Und dann das letzte Zwischenhoch hier triggert. Ja, das kann so aussehen. Wenn es nicht so aussieht, sondern wenn es so aussieht, ja, dann ist das das Zwischenhoch. Wenn er das triggert. Wenn es nicht so aussieht, sondern wenn es so aussieht, dann ist das oder im Zweifelsfall aggressiver vielleicht das ein möglicher Trigger. Ich würde wahrscheinlich diesen hier bevorzugen. Der ist ein bisschen mittiger. Und wir haben ja trotzdem genügend Platz nach oben hier für die Geschichte. Also ihr seht, es spielt eigentlich nicht so die Rolle, wie diese Bewegung aussieht, das machen wir nochmal weg hier, wie diese Bewegung aussieht hier, entscheidend ist, wenn es irgendwie wackelig ist. Wenn es so aussieht, dann fängt es schon damit an, wo legen wir jetzt diese Linie an? Das ist schon mal so der erste Test, um eben zu festzustellen, ja, wahrscheinlich funktioniert das hier gar nicht. Und richtig, dann ist das wohl eher die starke Bewegungsrichtung und wackelig nach oben würde dann den Trigger nach unten für eine Fortsetzung nach unten eben bedeuten. Und nach oben ist dann erstmal weg. Daran seht ihr, das Teilstück wird jetzt spannend werden, ob das hier beginnt, ob das da beginnt, da, da, da. Oder ob eben dieses Teilstück hier beginnt, da, da, da. Wir wissen es nicht, aber wenn es beginnt, wäre es einfach eine ganz gute Überlegung, sich daran zu orientieren für die nächste Bewegung. Und wie gesagt, korrektiv in die, wäre eine starke aufwärts, eine schwache nach unten und dann nochmal eine Fortsetzung. Also vielleicht da sogar ganz gute Chancen, dass da noch ein bisschen mehr nach oben Luft drin ist. Insgesamt sieht das allerdings noch nicht ganz so toll aus, also vielleicht eher nur ein Zwischenloggen und noch nicht notwendigerweise der Hinweis, dass der Markt jetzt auch massiv weitergeht. So, also ihr seht, die Indizes sind da sehr uneinheitlich. Deshalb lohnt es sich, da genauer drauf zu gucken, hier auf diese kleineren Zeitebenen. Wir werden das jetzt tun, in der Hoffnung, dass ihr das vielleicht ebenfalls tut. Wenn ihr das alleine machen wollt, ist das natürlich super. Wenn ihr sagt, alleine ist immer doof, dann guckt euch Born for Trading an. Da habt ihr die Möglichkeit, da ja auch gegebenenfalls mit dabei zu sein, wenn ihr das wollt, um immer wieder so Updates dazu auch zu bekommen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten und bis zum nächsten Beitrag.